Ja, ich habe hier nochmal ein PowerPoint-Spiel. Ich öffne das und starte das mal mit F5. So, und wenn ich hier draufklicke, dann habe ich hier also das Bild von unserem Klassenzimmer. Es geht darum, den Ausgang zu finden und ich sehe hier schon, ich habe hier den Mauszeiger, ich habe hier Schaltflächen, wo ich mich durch den Raum navigieren kann. Das ist ein einziger Raum und jetzt muss ich eben schauen, mit was kann ich hier interagieren. Ah, da wird mein Mauspfeil zur Hand. Wenn ich hier dann draufklicke, hier kann man fast gar nichts machen. Mal schauen, wo hier was auftritt, hier beim Türgriff. Und ja, hier gibt es noch einen Tesafilm. Dann kann ich hier also nur noch zurückgehen. Mal schauen, was es hier gibt. Hier gibt es, glaube ich, gar nichts. Und hier sehe ich schon an dieser Sideboard-Wand, da ist ein neuer Link, weil hier die Maus sich wieder verändert. So, dann schauen wir doch mal, was es hier gibt. Nochmal ein Tesafilm, der Raum ist voller Tesafilme. Und hier sind auch noch ein paar Scheren und Kleber. So, hier kommen wir also auch nicht weiter. Dann schauen wir mal weiter nach links. Was haben wir denn hier? Eine Uhr. Hinter der Uhr ist auch nichts. Haben wir sonst noch was? Hier ist noch ein Link. Okay. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay. Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann man hoffentlich die Tür aufsperren. Okay. Und dann kommen wir hier endlich aus dem Klassenzimmer raus. So, wie funktioniert das jetzt? Eigentlich, man sieht es hier schon, sind das einzelne Folien mit entsprechenden Bildern, mit entsprechenden Schaltflächen, Navigationsschaltflächen. Und im Bild sind dann ebenfalls Navigationsschaltflächen. Die bekommt man hier unter Einfügen. Entweder ganz normale Formen oder man kann hier natürlich auch diese interaktiven Schaltflächen hernehmen. Hier sind die schon belegt. Hier kann man sagen, Folie zurück, Folie vor oder man nimmt hier eine Leere her, die man dann entsprechend sofort anpassen kann. Was aber auch geht, ist eine ganz normale Form aufzuziehen und dann über Einfügen, Aktion, dieser Form dann entsprechend einen Hyperlink zuordnen. Ja, dann schauen wir uns mal schrittweise an, wie so ein Klickspiel entstehen kann. Ich habe jetzt hier so eine Startfolie. Da kann ich schon mal hinschreiben, Klickspiel. Dann kann ich hier gehen, sagen, Einfügen, Formen. Ich kann eine ganz normale Form hier hernehmen und hier dann Start draufschreiben. Das machen wir etwas größer und dann aufpassen, wenn ich auf die nächste Folie, da brauchen wir natürlich erstmal eine, verlinken möchte, dann bitte nicht die Schrift markieren und hier sagen Einfügen und Aktion, weil sonst habe ich praktisch der Schriften Hyperlink verpasst, sondern ich brauche hier dieses Element. Dann kann ich sagen Aktion und in dem Fall kann ich sagen Nächste Folie. Hier wird es passen. Bei den nächsten Verlinkungen, da müssen wir uns die Foliennummern merken, weil das ist hier dann genau sicherer, dass man auf die entsprechende Folie kommt, wenn man den entsprechenden Link anklickt. Gut, hier unter Start, neue Folie, Leer. Das sind praktisch die, die wir hier immer verwenden. Hier sagen wir jetzt Einfügen, Bilder und dann nehmen wir uns mal zwei Bilder her. Einmal hier dieses hier. Auch wieder ein bisschen nach links schieben und beim nächsten haben wir hier die andere Seite vom Klassenzimmer. So, und jetzt brauchen wir hier zwei Schaltflächen, dass wir hier hin und her springen können. Also ich beschränke mich jetzt nur praktisch auf die Vorderseite und auf die rechte Seite im Klassenzimmer. Und hier brauche ich praktisch eine Form und hier kann ich eine interaktive Schaltfläche verwenden. Da gehe ich hier drauf, nochmal. Und dann sage ich hier praktisch nach rechts navigieren. Das wäre dann die nächste Folie, aber ich gehe da auf Nummer sicher, sage Folie 3. Man kann auch hier in der Vorschau dann sehen, das dauert immer ein bisschen, auf welcher Folie man dann da landet. Dann sagt man OK, OK. Also von der Folie kommt man dann auf die Folie und hier machen wir das Ganze umgekehrt. Also wieder einfügen, formen, diesmal zurück. Also das würde hier passen, aber hier vorsichtigerweise sagen wir hier Folie 2. Weil es könnte ja sein, dass wir hier dazwischen vielleicht doch noch eine Folie setzen wollen und dann würde sich die Reihenfolge verändern und dann würde das Spiel auch nicht mehr klappen. So, was haben wir bis jetzt? Also Spiel starten und jetzt kann ich praktisch zwischen die beiden Räume hin und her springen. Und jetzt muss ich natürlich schauen, wie komme ich aus diesem Raum wieder raus. Jetzt muss ich hier entsprechende Verlinkungen setzen. Jetzt muss ich selber erstmal schauen, was ich für Bilder vorbereitet habe. Also dieses Sideboard habe ich. Das setzt man hier in die Mitte. Und in diesem Sideboard ist dann der Schlüssel versteckt. Wenn man hier das Fach aufmacht, das wäre also der Schlüssel. Und jetzt brauchen wir nochmal eine Folie. Weil jetzt kommt praktisch jetzt kommt praktisch diese Türe nochmal. Und auf dieser Türe kann man dann praktisch den Link darzusetzen zum nächsten Bild, wo dann die Türe praktisch offen ist. Also einfügen Bilder und hier ist diese offene Türe. Und hier kommt man dann praktisch zum Ausgang. Also man kann das nicht hier nochmal machen, weil wenn ich hier praktisch einen Lösungslink reinsetze, dann gehe ich hier gleich sofort hier drauf. So, also wie geht das jetzt weiter? Ich bin bei dieser Folie und möchte auf die Folie kommen. Hier kann ich also auch sagen, einfügen, formen. Ich mache das mal mit so einer leeren Schaltfläche, die ich anpassen kann. Dann sage ich mal, okay, in diesem Bereich hier, Hyperlink zur nächsten Folie oder zur Folie 5. So, und jetzt sieht man hier natürlich einen Kasten. Das heißt, ich muss hier den noch durchsichtig machen. Also Fülleffekt, keine Füllung. Und den Rahmen hier, den möchte ich natürlich auch, dass man den nicht so vorzieht. Also sage ich hier keine Kontur. Und dann ist diese Schaltfläche praktisch dafür da, dass man hierher kommt. Beim Schlüssel mache ich das gleiche wieder. Also einfügen. Diesmal nehme ich jetzt mal eine normale Form. Rechteck, setze es hier drüber. Fülleffekt auch rausnehmen. Und hier muss ich halt jetzt sagen, Zwischenschritt, Aktion. Aber hier komme ich dann zu diesem Hyperlink-Fenster wieder, wo ich dann auf die Folie 6 komme. So, dann bin ich praktisch hier. Und auf dieser Folie, also dieses Bild, was auf der Folie ist, entspricht ja diesem Bild, aber hier noch einmal gesagt, ich kann erst auf dieser Folie dann praktisch diesen Link auf die letzte Folie machen. Und das mache ich jetzt hier auch wieder. Formen, interaktive Schaltfläche, bisschen kleiner vielleicht. Und hier wird es wieder passen. Und hier wird es wieder passen. Nächste Folie. Dann muss ich noch die Fülleffekte anpassen und die Kontur. So, und dann wäre das Spiel eigentlich soweit schon spielbar. Also hier kann ich hinklicken. Da ist nichts zu finden. Ich kann zwischen die zwei Räume wechseln. Und ich kann dann plötzlich sehen, aha, hier liegt was. Hier ist der Schlüssel und hier kommt das Schlüsselloch. Und dann komme ich hier praktisch raus. Und ja, das könnte ich jetzt also immer so weiterspinnen. Wenn ich keine Fotos habe, könnte ich mir auch selber in Paint zum Beispiel Bilder erstellen. Ich habe jetzt hier mal eins. So käme ich dann praktisch in den nächsten Raum. Und dann geht es praktisch so weiter wie bisher. In Paint selber so einen Raum zu erstellen, das ist eigentlich ganz leicht. Ich zeige das hier mal, wie das hier entstanden ist. Also durch einfache Klicks mit Rechteck und Linien und Füllfarben entsteht hier praktisch auch ein Klassenzimmer. Und man kann dann dieses abgespeicherte Bild dann hier entsprechend dann verwenden. Okay, dann überlegt euch mal ein Storyboard, wie man hier ein entsprechendes Klickspiel zusammenstellen kann, welche Räume man da entwickeln kann und wie man reinkommt und natürlich wie man wieder rauskommt und das Spiel schafft. Okay.